Hallo und herzlich willkommen am zweiten Tag der Gulasch-Programmier-Nacht Nummer 21. Ihr befindet euch im Mediencenter. Falls ihr jetzt nicht über Kubernetes was hören wollt, seid ihr falsch, aber ihr seid prinzipiell richtig, weil wir haben zwei grandiose Vortragende für euch. Also bleibt einfach mal da und lasst euch überraschen. Das Thema ist die Welt der Container-Orchestrierung ist abschreckend. Nein, sorry, Entschuldigung, das steht anders hier. Die Welt der Container-Orchestrierung ist für Einsteigerinnen oft zunächst abschreckend. Also wer sich vor Orchestrierung, Docker, Kubernetes und anderem Zeug fürchtet, ist hier richtig. Wer schon mal was davon gehört hat, ist richtig. Wer das alles schon kennt und unterhalten werden will, ist auch richtig. Das heißt, begrüßt bitte mit mir mit einem ganz, ganz großen Applaus Archangel und CD mit From Zero to Kubernetes. Hi. Also wir hatten ja letztes Jahr schon hier gegenüber dem Talk, wo wir so ein bisschen über Kubernetes geschittet haben. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, machen wir doch tatsächlich mal einen leicht seriösen Talk über das Thema. Deshalb freut euch auf ein halbes Gigabyte Präsentation mit 74 Slides. Und Heiko fängt direkt mal an. Ja, ich bin Heiko, Senior Consultant für eine Firma, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Und meistens ist meine Aufgabe, irgendwie dafür zu sorgen, moderne Elektrofahrzeuge irgendwie in die Cloud zu kriegen. Ansonsten, wenn ich Zeit habe, fotografiere ich gerne Events. Kann also sein, dass ihr mich morgen auch mit einer Kamera hier rumlaufen seht. Und ja, als Transportmittel ich persönlich bevorzuge Longboards im Gegensatz zu Autos. Ja, und ich bin Sedi. Ich bin auch Software Engineer oder SRE eigentlich. Mach so genauso wie Heiko was mit Fotografie. Allerdings mache ich hauptsächlich analog. Deshalb sieht man mich nicht so häufig mit der Kamera, weil das ganz schnell ganz schön ins Geld geht. Und jetzt lasst uns auch direkt mal mit dem ersten Thema anfangen, nämlich warum eigentlich Container beziehungsweise VMs und Container. Und ich glaube, dieses Slide haben viele, die sich mit Container befasst haben, schon mal gesehen. Auf der von euch aus gesehen linken Seite genau, habt ihr, wie so virtuelle Maschinen aufgebaut sind. Also man hat halt seinen Server, da läuft eine Hypervisor-Software drauf, so meistens irgendein Linux. Und dann emuliert man ein komplettes Betriebssystem, also nochmal ein komplettes zweites Linux, um darauf dann eine einzelne Anwendung zu installieren. Und schlaue Leute haben sich irgendwann mal gedacht, das ist irgendwie nicht so richtig optimal, weil man muss ja jetzt zwei Linux-Betriebssysteme administrieren. Man muss einmal den Hypervisor aktuell halten, Security-Patches einspielen und dann noch auf der Guest-VM. Und dann kam man mit dieser großartigen Idee, Container zu bauen. Man hat nur noch ein einzelnes Betriebssystem, nur noch ein Linux, wo dann die Container-Engine draufläuft und man startet die Anwendung isoliert in einem Container. Für Container gibt es total viele, viele Lösungen. Also Docker haben die meisten von euch gehört, aber es gibt auch noch sowas wie LXC-Container. Deshalb, wir sprechen jetzt nicht nur von Docker, sondern von Container allgemein. Und man hat sich einfach gedacht, wenn man jetzt so eine Anwendung in diesen Container paketiert, dann ist das irgendwie einfacher und man kann so dieses Problem lösen von Works-on-my-Machinen und dann schippt man einfach so die ganze Machine in Production. Und das hat eigentlich ganz viele Vorteile. Zum Beispiel, man kann das Works-on-my-Machinen-Problem umgehen. Man kann einfach die eigene Maschine in Production schippen und sagen, ja, funktioniert. Es ist auch ziemlich einfach zu skalieren, weil ich sagen kann, ich habe jetzt hier meine Container-Definition und jetzt starte den Container nicht nur einmal, sondern tausendmal. Und weil das alles in diesen Containern ziemlich einfach zu bedienen ist, kann man das auch ganz gut automatisieren. Ja, aber es hat halt nicht nur alles Vorteile. Es hat auch Nachteile. Es ist halt yet another layer, den man patchen muss, um den man sich kümmern muss. Und dieser Layer hat halt eine gewisse Learning-Curve. Man ist tatsächlich gerade bei Containern sehr oft darauf angewiesen, dass man eine wirklich gute Doku hat. Ansonsten ist man mehr oder weniger verloren. Gerade, wenn man irgendwie so ein Docker-Compose-File hat und nicht alle potenziellen Switches für die Applikation dokumentiert sind, rätselt man sich zu Tode, wie man es dann richtig konfiguriert. Und es gibt halt auch ein paar wenige Tools dafür. Also ich hatte es ja gerade schon angesprochen mit virtuellen Maschinen. Wir haben jetzt hier nur nochmal so den quasi den direkten Vergleich zwischen VMs und Docker nochmal ein bisschen oder Container aufgezeigt. Wenn man jetzt so eine virtuelle Maschine verwalten will, dann kann man das natürlich so auf einer Host ganz gut machen, wenn man einfach LibWirt benutzt. Ganz viele Leute wollen jetzt aber nicht nur einen Server verwalten, sondern so ein paar Hundert oder vielleicht sogar ein paar Tausend, je nachdem, wie euer Setup aussieht. Und dann benutzt man auch ganz schnell mal sowas wie Proxmox oder VMware, wo man halt die Möglichkeit hat, viele Maschinen zusammenzuklustern und dann eine virtuelle Maschine auch zwischen den ganzen verschiedenen Hardware-Maschinen hin und her zu schieben. Ähnlich sieht es auch mit Containern aus. Wir wollen ja nicht jeden Container einzeln managen. Da ist dann so der Klassiker Docker-Compose. Das managt aber eigentlich nur Container auf unserem einen Server und wie Cedi schon sagte, wir wollen ja nicht nur einen Server haben. Im Zweifelsfalle, wenn wir skalieren, wollen wir zehn, hundert, tausend Server haben und da ist dann so ein Docker-Compose nicht mehr ganz so geil. Dann brauchen wir tatsächlich irgendwas anderes. Da wäre jetzt Docker Swarm oder am besten Kubernetes, das Mittel der Wahl. Genau. Und wie wir jetzt gerade schon Heiko das schon angeschnitten hat, das eigentliche Thema, warum wir eigentlich ja hier sind, ist ja irgendwie so Container-Orchestrierung und später dann auch Kubernetes. Aber wenn wir von Container-Orchestrierung sprechen, fangen wir doch mal irgendwie langsam an. Also wir wollen ja jetzt nicht irgendwie, dass der halbe Raum einfach rausrennt, wenn wir direkt mit Kubernetes anfangen, sondern euch so langsam das Wasser immer ein bisschen heißer machen. Mit Docker-Compose ist das eigentlich schon ganz schön einfach, weil Docker-Compose ist ein Tool, wo man in einer YAML-File definieren kann, welche Docker-Container möchte ich denn gerne starten, in welches Netzwerk sollen die, welche Environment-Variablen sollen die Docker-Container bekommen. Und dafür ist Docker-Compose eigentlich schon ein ziemlich, ziemlich gutes Tool. Sieht dann ungefähr so aus. Das hier ist ein Beispiel von der GitLab-Docker-Compose-File. Wie ihr seht, sehr viel YAML. Sehr viele Leute, die mit Docker und Kubernetes arbeiten, bezeichnen sich auch gerne mal als YAML-Engineers. Docker-Compose ist schon ziemlich cool. Es ist ziemlich einfach und man hat halt auch so diesen Vorteil von, ich kann meinen Production-Setup auf meinem Laptop sehr einfach testen, weil Docker-Compose macht es mir möglich, mehrere Environments auf derselben Maschine zu starten, in verschiedenen Network-Namespaces. Das hat halt nur den Nachteil, die Docker-Compose ist halt für Single-Host. Aber es gibt natürlich bei jedem Cloud-Provider, den ihr euch vorstellen könnt, auch schöne fertige Lösungen, um eure Docker-Container da zu hosten mit minimalem Overhead. Empfehlen würde ich jetzt direkt keinen. Aber nur, damit ihr auch mal gesehen habt, jeder Cloud-Provider, der was auf sich hält, hat eigentlich so eine Lösung, wo ich einfach nur meinen Container irgendwo in die Wolke werfe und mich um nichts anderes kümmern muss. Wie gesagt, kann man so machen. Ob man es machen will, weiß ich nicht. Und ja, was die Container-Orchestration sonst noch angeht, die Honorable Mentions gibt da so ein paar. Apache Mesos ist inzwischen tot. Service Fabric, ja, wenn man es mal angefangen hat, vielleicht, aber es ist eine echt harte Lernkurve. Docker Swarm, ja, kann man machen, ist okay, aber auch nicht wirklich toll. Wenn man sich alles selber bauen will, kann man es mit Pacemaker machen, funktioniert, aber man baut halt lang und viel selber. Wenn man Geld drauf werfen will, nehme man HashiCorp Nomad, dann wirft man aber viel Geld auf das Problem. Und dann gibt es, was ich tatsächlich privat auch noch einsetze, das Trunas Scale. Da kann man auch mehr oder weniger einfach Container spawnen, aber die Community ist einfach eine stellenweise toxische Pile of Shit. Deswegen würde ich das auch nicht empfehlen, wenn ihr irgendwie Community Support haben wollt oder Fragen habt und euch nicht alles selber beibringen wollt. Und deswegen unser Mittel der Wahl ist und bleibt Kubernetes. Genau. Ich glaube, wir beide betreiben Kubernetes Cluster zu Hause und auch beruflich, auch teilweise größere Cluster. Und ich habe mal Docker Swarm ausprobiert, war einfach nichts für mich. Ich finde, mein Mittel der Wahl ist für Container eigentlich immer Kubernetes. Aber was ist denn jetzt Kubernetes eigentlich wirklich? Viele sagen so, ja, Kubernetes ist auch nur ein Tool. Stimmt nicht so ganz. Das alles ist nämlich irgendwie Kubernetes oder zumindest Kubernetes related. Und wenn man sich jetzt mal durchliest, was Wikipedia zu dem Thema zu sagen hat, dann liest man da auch, dass Kubernetes eben nicht ein einzelnes Tool ist, sondern ein Set an Building Blocks, die man zusammenbauen kann, um sich einen Container Orchestrator zu bauen. Man hat vor allem sehr viele standardisierte APIs, damit die einzelnen Komponenten effizient und standardisiert miteinander reden können. Und wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dann sieht man ja auch, dass man da sehr viele einzelne Gruppen hat. Und wenn man sich jetzt seinen Kubernetes Cluster bauen möchte, kann man sich auf diese Landscape verlassen, dass da die wichtigsten Tools alle drauf sind. Und dann guckt man, welches Tool finde ich denn so am besten in jeder Kategorie. Und dann kann man sich da schön die einzelnen Bausteine rausnehmen, die man braucht, und sich seinen Kubernetes Cluster zusammenbauen. Aber so ein paar Komponenten in Kubernetes, die sind wirklich schon sehr essentiell wichtig. Und das hat Heiko nochmal in der Übersicht, was man denn so wirklich essentiell braucht. Genau, wir brauchen erstmal unseren Kubernetes Masternode. Da ist halt so der API-Server drauf, der uns diese Schnittstellen bereitstellt, dass wir verschiedene Dinge nutzen können. Der ETCD, der quasi so unsere Datenbank ist, wo sämtliche Konfigurationen und so weiter drin ist. Dann haben wir noch einen Scheduler, der guckt, dass unsere tatsächliche Applikations-Workload auf den einzelnen Nodes dann auch läuft, und zwar auf den Nodes, auf denen wir es gerne hätten. Und vielleicht auch von den Nodes, wo wir gerade nicht wollen, dass unsere Applikation läuft, sie runtergezogen wird. Und je nachdem, wenn wir in der Cloud-Welt sind, haben wir auch noch einen Cloud-Controller-Manager, der an die API des Cloud-Providers geht und uns automatisiert Dinge bereitstellen kann, den Load-Balancer zum Beispiel konfigurieren kann, oder wenn wir plötzlich mehr Storage brauchen, über die Cloud-API uns einfach mehr Storage provisioniert. Und ja, es gibt so ein paar verschiedene Distributionen und Flavors von Kubernetes. Von so Mikro K8s über OpenShift. Inzwischen kann man sogar OpenShift auf der IBM Cloud laufen lassen. Vielen Dank, Laira. Ich weiß immer noch nicht, wer das will, aber... Sogar SAP hat inzwischen sein eigenes Managed Kubernetes im Angebot. Und ja, es gibt eine Fülle von Distributionen, die man einsetzen kann, aber nicht unbedingt muss. Und vor allem haben diese Distributionen auch verschiedene Einsatzzwecke. Im Development möchte man halt vielleicht nicht unbedingt einen riesen Cluster mit mehreren Server-Nodes, mit über 100 CPU-Cores, sondern es reicht vielleicht, das Ganze auf seinem lokalen Laptop laufen zu lassen. Dann nimmt man halt so ein Kind- oder Mikro K8s. Dann, wenn man schon mal etwas mehr Richtung produktiven Einsatz geht, hat man K3s, was relativ wenig Ressourcen verbraucht, eher für Single-Node und Edge optimiert ist, aber wo man auch schon ganz gut seine Workloads drauf packen kann. Und es gibt halt so die Cluster, die sich dann Production-Grade quasi nennen, COPS, Cube-One, Cluster-API, um da mal drei zu nennen, die dann richtig Multi-Node sind mit High Availability und Soße und Scharf, dass man da wirklich dann schon ein Kubernetes-Cluster hat, was je nachdem, wo man es deployt, relativ teuer ist. Aber was halt auch ordentlich Workload wegschafft. Und wenn wir das dann noch ein bisschen weiterspinnen, es gibt halt auch noch Enterprise-Installationen, die dann dem Standard-Kubernetes noch ein paar Features hinzufügen. Da würde ich halt dann so OpenShift zum Beispiel nennen oder halt das Kubernetes von SAP, die einem zusätzlich vielleicht noch ein nettes GUI bereitstellen, die einem Tools bereitstellen für das Tracing der Applikationen. Wo hängt es denn eigentlich? Wo braucht man eine Requests? Wie lange? Und natürlich bietet jeder Cloud-Service eigentlich auch so sein eigenes Kubernetes an. Auf AWS heißt es dann EKS, auf Azure heißt es AKS. Bei Google nennt es einfach die Google-Kubernetes-Engine. Und es gibt es halt auch, wenn man wirklich viel Geld hat und sein Production-Grade-Setup nicht nur bei Red Hat bezahlen will, sondern auch noch bei IBM, wie wir eben schon erwähnt hatten. OpenShift on IBM Cloud. Was dann so wirklich kompletter End-to-End-Kubernetes-as-a-Service ist. Das ist dann aber wirklich, wenn man sich um nichts mehr quasi selber kümmern möchte und einfach viel zu viel Geld hat. So, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen darüber geredet, was denn Kubernetes ist. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Wann wollen wir Kubernetes vielleicht einsetzen und wann eher nicht? Und wir haben dafür ein kleines Spiel vorbereitet. Hebt mal alle die Hand, wenn ihr der Aussage zustimmen würdet. Und würdet ihr Kubernetes dafür einsetzen wollen, um Static-Content zu serven? Also sowas wie euren Hugo-Blog oder so? Natürlich nicht. Also dafür kann man Block-Storage benutzen und ein CDN davor klemmen. Dafür braucht man wirklich keinen Kubernetes. Andere Frage, Datenbanken. Will hier irgendjemand freiwillig Datenbanken in Kubernetes betreiben? Suggestiv-Frage. Jeder, der jetzt ja antworten würde und die Hand hebt, wird nachher ausgepeitscht auf der Wiese. Oder soll sich unseren Vortrag vom letzten Jahr nochmal angucken? Genau. Natürlich nicht. Also natürlich wollen wir keine Datenbanken in Kubernetes betreiben. Dafür ist das Tool einfach nicht gebaut. Tatsächlich wurde Service Fabric exakt für diesen Use Case gebaut, um Stateful Workload und zwar im ganz speziellen SQL-Datenbanken zu orchestrieren. Könnt ihr euch antun, aber euch platzt der Kopf. Es ist wirklich kein einfaches Tool, aber wenn ihr wirklich den Bedarf habt, Stateful Workload wie Datenbanken auf großer Scale zu betreiben, dann schaut euch Service Fabric an. Das Open Source kann man benutzen. Anderer Use Case, den ich auch schon mal in meinem beruflichen Umfeld gesehen habe. Leute, die auf die Idee kommen, lasst uns doch die 100 Tonnen Autopresse über einen Kubernetes-Cluster steuern. Gute Idee, oder? Nein. Überhaupt nicht. Benutzt dafür sowas wie eine SPS-Anlage oder andere Skada-Systeme. Wenn ich in der 100 Tonnen Presse meinen Kopf reinstecken muss, dann möchte ich mein Leben davon nicht abhängig machen, ob das Cubelet gerade crasht. Skada-Systeme haben extra sowas wie eine SPS, benutzt das auch und man kommt nicht auf so Ideen wie eine Presse mit Kubernetes zu steuern. Aus dem Internet. Aus dem Internet am besten, genau. Und jetzt noch eine andere Frage. Wir haben ja gerade schon über Datenbanken geredet. Was haltet ihr von Stateful Workload im Allgemeinen? Gute Idee. Kommt ein bisschen drauf an. Absolut gar nicht, wenn es sowas ist wie eine Datenbank. Wenn ihr euren State irgendwo in der Software speichert, wenn ihr euren State direkt von der Anwendung auf die Festplatte schreibt, ist Kubernetes vielleicht nicht die beste Lösung. Aber tatsächlich eine sehr gute Lösung, wenn ihr euren State in Block Storage schreibt. Wenn ihr so zum Beispiel Grafana Mimir benutzt als Time Series Datenbank, wo der komplette State in S3 Storage gespeichert wird. Super Sache. Funktioniert sehr, sehr gut. Dann, wer würde gerne die Legacy-Enterprise-Java-Applikationen seiner Firma in ein Kubernetes-Cluster packen? Da sieht man schon ein paar Hände. Muss ich sagen, kann man tatsächlich machen. Habe ich auch eins bei Kubernetes-Cluster, wo sowas gemacht wird. Hat halt Vor- und Nachteile. Einer der Vorteile ist, man kann die Density und Load seiner Hardware deutlich erhöhen. Man isoliert seine einzelnen Java-Applikationen, hat kein JVM-Dependency-Chaos. Und der State ist halt eh hoffentlich irgendwo anders gespeichert und nicht in eurer Java-Applikation. Ja, und auf der nicht so guten Seite, ja, kann man schon so machen. Aber ich hatte es auch schon erlebt, dass Firmen ihre Legacy-Java-Anwendungen in Kubernetes gepackt haben, versucht haben, das in die Cloud zu shippen und dann festgestellt haben, scheiße, das ist richtig teuer. Irgendwie skaliert das doch nicht so geil, wie wir uns das gedacht haben, weil, surprise, man benutzt natürlich keiner der Kubernetes-Features, sondern man benutzt Kubernetes dann so ein bisschen wie eine VM. Hat halt zur Folge, dass man seinen Production-Grade-Kubernetes-Cluster in der Cloud betreibt mit drei Control-Play-Nodes, drei Worker-Nodes in drei verschiedenen Availability-Zones. Man muss für den Netzwerk Ingress und Egress-Traffic bezahlen, aber am Ende hat man dann irgendwie zwei Docker-Container in dem Kubernetes-Cluster am Laufen. Kann man machen, muss man aber nicht. Die werden dann wild durch die Availability-Zones geschifftet. Ist okay, aber gibt bessere Lösungen. Dann, wer würde Kubernetes fürs Edge-Computing einsetzen? Einfach so ein schönes Cluster nah beim Kunden. Gibt da drei, vier Leute. Nein. Ich würde sagen, maybe. Es hat halt Vorteile, dass du deinen Service in einem sehr standardisierten Weg nah beim Kunden deployst, kurze Latenzen. Du hast im Zweifelsfall auch einen schönen verteilten Sync. Und da du ja in deinem Kubernetes-Cluster eh keinen State halten sollst, den State kannst du irgendwo zentral lagern und alle Edge-Cluster holen sich ihren State vom zentralen Management-System und Compute findet halt nah beim Kunden statt. Nachteil ist kompliziert. Ist jetzt nicht so, dass man hingehen könnte und sagen könnte, so klick und fertig und ich habe meinen Distributed-Kubernetes-Cluster. Kann man machen, braucht aber ein bisschen mehr Planung. Und wenn man so klassische Multicluster-Deployments hat, dann braucht das meistens auch ein bisschen Erfahrung mit Kubernetes, um das richtig zu tun. Und manchmal hat man ja auch den Case, dass dann die verschiedenen Edge-Nodes miteinander kommunizieren müssen. Und da wird es dann mit der Latency auch manchmal ein bisschen schwierig und eng. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass die Latency wirklich noch im Rahmen bleibt. Aber Fun Fact, so ein Video-Streaming-Provider zum Beispiel macht das und betreibt die Kubernetes-Cluster, die euch dann eure Lieblingsserien liefern, relativ nah bei euch, damit der Stream möglichst gut flutscht. Dann, wollt ihr Kubernetes für eure Stateless-Microservices nutzen? Ja, schön. Ich sehe, einige Hände gehen hoch und, ja genau, das wollt ihr. Das ist tatsächlich eine der besten Ideen für euer Kubernetes-Cluster. Das skaliert auch schön und das ist, ja, da wollt ihr euer Cluster mit füllen. Wie sieht es aus mit diesem schönen, neuen, modernen Serverless-Computing? Bingo! Wer würde seine Lambda-Funktion oder Ähnliches gerne auf ein Kubernetes-Cluster werfen? Na, das sind schon wieder weniger. Habt ihr auch recht. Kann man machen. Es gibt aber ein Aber. Man braucht nämlich normalerweise dafür separate Software. Sowas wie ein Open Function-as-a-Service, OpenFast oder ein Knative. Sollte man dann noch zusätzlich deployen, dann könnt ihr aber auch eure Lambda-Funktion auf eurem eigenen Kubernetes-Cluster laufen lassen. Vom Raspberry Pi angefangen bis hin zu, wenn ihr hochskalieren müsst, auf Multi-Host-Clustern, die dann auch so 30, 40 Millionen Requests verarbeiten können. Jo, also wir haben euch ja jetzt so ein paar Use Cases gezeigt, wo es vielleicht nicht so sinnvoll ist, Kubernetes zu benutzen und als wir mit Function-as-a-Service angefangen haben, sind auch schon ein paar Leute gegangen. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe vor einiger Zeit mal dieses Zitat hier gefunden und ich finde, das passt eigentlich extrem gut zu Kubernetes. Defaultet zu Kubernetes als euer Infrastructure-as-a-Service-Provider immer nur dann, wenn ihr keine bessere Lösung findet. Kubernetes ist nicht der Heilsbringer, für den viele Kubernetes halten. Es ist ein gutes Tool, aber benutzt es immer nur dann, wenn es nicht vielleicht doch noch ein besseres Tool gäbe. Deshalb evaluiert immer sehr, sehr vorsichtig und fragt euch diese Fragen sehr ernsthaft. Braucht ihr das Kubernetes-Cluster wirklich? Ist es wirklich die richtige Lösung für euer Problem? Überlegt euch ganz genau, was sind eure Functional Requirements und seid da auch ehrlich zu euch? Ich weiß, viele von euch sind so ein bisschen wie ich und sind so, ja, ich möchte aber gerne mit diesem schönen neuen Spielzeug spielen und dann schreibe ich meine Functional Requirements genauso, dass sie zu Kubernetes passen. Aber wirklich, braucht ihr das wirklich? Gibt es nicht vielleicht ein anderes Tool, vielleicht ein Container-as-a-Service-Tool, was den Job sehr viel besser erledigen könnte? Und eine Frage, die tatsächlich sehr häufig nicht gestellt wird, ist, habt ihr die Operational Capacity, um einen Kubernetes-Cluster zu betreiben? Einen Kubernetes-Cluster zu betreiben ist nicht so mit, ich klicke hier dreimal und bin fertig und muss mich nie mehr drum kümmern. Das kann ganz, ganz schnell ein Vollzeit-Job werden, dass eine Person nichts mehr anderes tut, als dieses Kubernetes-Cluster zu betreuen. Denn habt ihr die Kapazität dafür, habt ihr das Geld dafür, eine Person dafür abzustellen, den Rest der Zeit nur noch sich um Kubernetes kümmern zu lassen? Deshalb guckt sehr, sehr vorsichtig, was ihr so als Angebote bekommt. Braucht ihr Infrastructure oder reicht vielleicht sogar ein Container-as-a-Service-Offering und vielleicht reicht sogar Function-as-a-Service und sowas wie AWS Lambda. Nachdem wir euch jetzt erklärt haben, wo man Kubernetes einsetzt, wo man es nicht einsetzt, wie fängt man überhaupt an? Wie baut man sich sein erstes Kubernetes-Cluster? Für die ersten Schritte nehmt ihr einfach das kleinstmögliche, so ein Kind oder ein K3D. Das läuft bei euch lokal sogar auf dem Laptop, braucht nicht viele Ressourcen und ist teilweise, wie man an den zwei Screenshots unten erkennt, mit einem Command in 14 bis 15 Sekunden aufgesetzt. Dann habt ihr auf eurem Laptop schon euer erstes Kubernetes-Cluster und könnt lustig anfangen, auf dem Laptop Container hin und her zu schieben. Wenn es ein bisschen größer werden soll, gibt es dann auch K3S. Und ich würde sagen, gerade so ein Single- oder Multinode K3S, wo man sein NAS-Storage und eventuell noch ein Raspberry Pi, wenn man unbedingt mit Multinode spielen will, wird wahrscheinlich für 99 Prozent eurer Personal-Use-Cases völlig ausreichen. Fürs Home-Lab würde ich dann, wie gesagt, K3S empfehlen. Hat eine schöne Ansible-Rolle, die man quasi auch nur einmal deployed und dann hat man seinen K3S-Cluster. Nur denkt dran, wenn ihr es long-term nutzen wollt, macht einen System-D-Service noch, der K3S überwacht und auch startet, wenn ihr mal die Maschine rebooten wollt. Oder wie es bei mir auch mal war. Wenn ihr auf einer Konferenz seid, es bei euch im Block gebrannt hat und die Feuerwehr den Strom abschalten musste und man dann plötzlich merkt, warum komme ich nicht mehr an mein Smart Home dran? Oh, die Maschine wurde extern rebooted und ich habe vergessen, den Service automatisiert zu starten. Und wenn ihr wirklich all the way gehen wollt, euch ein großes Cluster anlachen wollt, benutzt die Cluster-API, kümmert euch um schönes, deklaratives Management eurer Workloads, lest die Doku. Ich weiß, Doku lesen ist nicht immer so viel Spaß, aber tut es, es hilft. Und wer hier hat irgendwie eine Maschine oder irgendwas bei Hetzner? Ja, wie wir vermutet haben, es sind einige hier, die Hetzner-Kunden sind. Guckt euch die Cluster-API von Hetzner an. Die haben tatsächlich wirklich einige schöne Sachen da gemacht und die sind eigentlich relativ gut. Aber seid gewarnt, das wird nicht unbedingt einfach. Da kann man auch mal schön zwei, drei Wochenenden für verschwenden. Und guckt, dass euer Bankkonto gut gefüllt ist. So, jetzt habt ihr einen Cluster und wollt da Dinge drauf installieren. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie bringe ich Anwendungen in meinen Kubernetes-Cluster rein und wie kann ich das denn so auf längere Zeit auch verwalten? Der Klassiker ist, dass man einfach auf der CLI irgendwie Helm-Install macht, irgendwelche Helm-Charts installiert, funktioniert sehr einfach. Helm ist, glaube ich, so ziemlich das beliebteste Tool, Helm ist so eine Kombination aus Package-Manager wie APT oder Homebrew, vereint aber auch automatisch noch direkt im selben Schritt mit Konfiguration. Das heißt, man hat Value-YAML-Files, wo man die Konfiguration für die Anwendung drin speichert und man kann dann Helm sagen, installiere bitte mein Nextcloud-Setup mit dieser Values-YAML. Dann hat man sowohl Package-Management als auch Konfiguration direkt in einem Schritt. Customize und Tanker machen im Prinzip dasselbe, sind nur nicht so weit verbreitet. Und CubeCTL, klar, ist so der Klassiker, wirklich so die Basic-CLI, um seinen Kubernetes-Cluster zu verwalten. Und das funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut, da ist die letzten Jahre sehr viel passiert, vor allem mit dem Versionssprung von Helm 2 auf Helm 3, wurde das alles sehr, sehr benutzbar. Das Problem ist, bitte macht das nicht und Production. Also wirklich nicht. Ich musste Cluster wieder reparieren, wo Leute einfach jahrelang einfach immer nur CubeCTL, Apply, minus F und irgendwelche YAML-Files gegen das Cluster geworfen. Es dauert Monate, rauszufinden, was auf diesem Cluster läuft, wie es konfiguriert wurde, wer hat es gemacht, warum läuft denn diese komische Konfiguration, ist alles nicht so geil. Deshalb, okay, hier nochmal die warum nicht Punkte und die Lösung dazu ist natürlich wie immer Git, weil wir wollen nicht nur unseren Code in Git verwalten, sondern auch unsere Konfigurationen und jeder, der so schon mal Infrastructure as Code gesehen hat, weiß ja, auch Infrastructure as Code ist Code und auch Konfigurationen gehört in Git. Deshalb speichern wir alles in Git. Und dieses Diagramm dürften auch die meisten schon mal gesehen haben. Man hat halt hier irgendwie seinen Development Flow, man schreibt Code in seiner IDE, man bildet es, man committet es nach Git, dann laufen automatisiert die Tests. Wenn alles gut aussieht, wird es nach Kubernetes deployed oder wohin auch immer. Speziell im Zusammenhang mit Kubernetes gibt es das Modell, das sich GitOps nennt. Und GitOps ist ein bisschen anders implementiert als die klassische CI-CD. In der klassischen CI-CD hat man sowohl Push als auch Pull-Konfigurationen. Genau, und bei Push braucht quasi eure Pipeline, braucht Zugriff auf das Kubernetes-Cluster. eure Pipeline wirft dann tatsächlich fast schon wie kubectl-apply-f in euer Cluster. Kann ich nicht empfehlen, weil unter anderem das erkennt kein Configuration-Drift, wenn jemand was Manuelles geändert hat. Wird es nicht erkannt, es wird einfach weggebügelt. deswegen das Mittel der Wahl ist eigentlich Pull. Genau, und zur Pull-Konfiguration, das ist das, was man typischerweise eben genau als GitOps bezeichnet. Man hat einen Service, der läuft im Kubernetes-Cluster selbst, also einen Docker-Container, der im Cluster selbst läuft, und der guckt einfach die ganze Zeit, was steht in meinem Git, und was ist in Kubernetes aktuell am Laufen, und holt sich die ganze Zeit davon einen Diff, und wenn jetzt irgendjemand Sonntagmittag lustig ist und sagt so, ha, ich lösche jetzt den Workload, dann sagt der GitOps-Operator so, nein, du hast jetzt zwar mit kubectl das Deployment gelöscht, aber in Git steht was anderes, und dann revertet der Operator instantan diesen Change wieder und rollt zurück zu dem, was in Git steht. Hat natürlich den Nachteil, dass jetzt das Kubernetes Cluster auch Zugang zu Git braucht? Kann man sich jetzt überlegen im Thread Modeling, welche Variante besser ist? Hat das Cluster Zugriff zu Git oder hat Git Zugriff auf das Cluster? So eine Frage, die man sich dabei stellen muss. Ein Tool, was ich dafür sehr empfehle, es gibt natürlich extrem viele, ihr habt die Cloud Native Landscape vorhin gesehen, es gibt sehr viele Tools für alles, aber das Tool, was ich empfehlen würde und auch persönlich benutze und auch in allen Firmen, für die ich das bisher gemacht habe, benutzt habe, ist eben Argo CD. Argo CD hat halt den Vorteil, dass es ein wirklich, wirklich hübsches UI hat. Ich weiß, klingt total bescheuert, aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr sich das Management darüber freut, wenn sie irgendwas angucken können. Wenn sie einfach sich irgendwo anmelden können und dann sehen, ah, alles grün, Top Tier. Genau, Dashboards all the way. Sieht ungefähr so aus, das hier ist jetzt eine Demo von der Argo CD Webseite, nicht von meinem Cluster. Ihr seht, es gibt einen Service, der ist gelb, da ist also irgendeine Änderung erkannt worden und sobald man jetzt auf den Synchronize Button klickt, wird das wieder zurückgesüngt zu dem, was in Git steht. Hier in dem Beispiel für den Single Purpose von dieser Präsentation hat man hier die Sync Policy auf Manual umgestellt, dass man wirklich manuell diesen Sync Button klicken muss. In einem Production Environment würde man diese Sync Policy eher auf Automatik setzen, das ist automatisch reconciled. Genau, mache ich direkt weiter. wenn ihr in eurem Cluster jetzt eure Konfiguration in Git speichert, Entschuldigung, für euer Cluster die Konfiguration in Git speichert, habt ihr sehr oft das Problem, dass ihr auch Passwörter konfigurieren müsst. Zum Beispiel habt ihr die Anwendung, die sich zu einer Postpress Datenbank verbinden soll. Dafür braucht ihr einen Connection String, der jetzt nicht so unbedingt im Klartext in Git stehen sollte. Für Secret Management gibt es mehrere Solutions, es gibt sowas wie Bitnami Sealed Secrets, sind ein bisschen umständlich zu benutzen, es gibt auch verschiedene Integrationen zu Cloud Providern wie zu Azure Key Vault oder AWS Key Vault Secret Management Secret Store ist das Ding. Kann man machen, ist aber auch wieder so ein bisschen aufwendiger zu konfigurieren. In den allermeisten Fällen benutzt man eins von diesen beiden Tools hier. Git Crypt ist ein bisschen älter, würde ich heute für ein neues Projekt nicht mehr verwenden, funktioniert halt basiert auf GPG und entcryptet immer die ganze Datei. Funktioniert super, kann man machen, dann hat man halt kein Git Diff mehr. Ihr verändert irgendwas an eurem Secret in eurem hellen Values Jamel, aber ihr könnt es nicht mehr Diffen, Pull-Request-Reviews sind ziemlich schwierig zu tun. Wie gesagt, funktioniert zwar, würde ich aber nicht mehr empfehlen, viel, viel besser ist Mozilla SOPS, funktioniert sehr ähnlich zu dem Ansible, zu der Ansible Key Vault. Man hat einen Jamel-File und encryptet immer nur den Value, der Key bleibt statisch und sichtbar und man kann auch in der SOPS Konfiguration ansagen, welche Keys oder den Regex oder den JSON Path zu dem Value, was encrypted werden soll und dann hat man sein komplettes Values Jamel unencrypted und nur wirklich das eine Secret ist encrypted. Sieht ungefähr so aus, man hat seinen Jamel ganz normal, wie man das mit Kubernetes schon gewohnt ist und wirklich nur das Value ist encryptet. Vorteil von SOPS gegenüber GitCrypt ist auch, es ist nicht ausschließlich PGP passiert, sondern man kann auch so moderne Kryptotechniken wie H-Keys benutzen, sehr viel einfacher zu im Handling. Genau. Und ja, jetzt haben wir quasi unser Cluster, unsere Applikationen laufen, aber wie kommt eigentlich der Traffic zu den Applikationen? Der flattert ja nicht plötzlich da rein, deswegen how to serve your Application. Die einfachste, simpelste Variante ist einfach so ein Node-Port, das heißt auf eurem Kubernetes-Node ist dann ein Port offen und das war's mehr oder weniger. Etwas smarter ist es dann ein Load-Balance zu verwenden und der Big-Brain-Move ist tatsächlich neben den Ingress-Controller einen vernünftigen. Naja, der Giga-Brain-Move ist eigentlich, dass man gar keinen Traffic mehr braucht. Ja. Das ist dann tatsächlich auch das sicherste, weil wenn kein Traffic bei meiner Applikation ankommt, kann auch keiner irgendwelchen malicious Traffic an meine Applikation schicken. Aber ja, wie gesagt, Easy-Mode, ihr habt so ein Node-Port, auf eurem Kubernetes-Node wird tatsächlich einfach nur ein Port geöffnet, der Traffic schlägt auf diesen Port ein und das war es mehr oder weniger. Hat den Nachteil, ihr habt nur eine relativ kleine Range an Ports und ihr dürft keine Reserved Ports benutzen. Also so eine statische Website einfach mal über Node-Port freigeben ist nicht. Kein Port 80, kein Port 443. Deswegen der Advanced-Mode nutzt einen Load-Balancer. hat den Nachteil jeder einzelne Load-Balancer kostet Geld und zwar nicht nur für seine bloße Existenz, sondern auch für den Traffic, der reinkommt und rausgeht. Dann ist das Zertifikatsmanagement bei eurem Cloud-Provider vielleicht nicht das, was ihr haben wollt. Vielleicht wollt ihr ein Let's Encrypt Zertifikat nutzen und nicht irgendeiner Third-Party-Firma auch noch für das Zertifikatgeld hinterherwerfen, aber euer Cloud-Provider sagt, nö, wir haben hier diese Enterprise-CA, wenn ihr ein Zertifikat wollt, nehmt die Enterprise-CA und gebt uns Geld dafür. Das braucht dann natürlich auch noch einen Cloud-Provider, der Load-Balancer Support hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber inzwischen glaube ich, hat jeder Cloud-Provider Load-Balancer Support. Ja, auch Hetzner hat. Und die Hetzner Load-Balancer sind mittlerweile tatsächlich sehr gut. Danke, Tobi. Kleiner Nachteil ist, TLS wird normalerweise am Load-Balancer terminiert, das heißt, zwischen Load-Balancer und eurer Applikation ist der Traffic unverschlüsselt, kommt er dann wieder auf euer Thread-Modeling an, aber das Ganze funktioniert auch tatsächlich nur für Domains und nicht für Pfade. Deswegen, wenn ihr Expert-Level gehen wollt und wirklich große Workloads habt, benutzt einen Ingress-Controller. Ich würde empfehlen Ingress-EngineX. Wenn ihr soweit seid, dass ihr das Ingress-Controller nicht mehr ausreicht und ihr Envoy benutzen müsst, dann seid ihr eh schon soweit, dass ihr ein Production-Grade Kubernetes-Cluster betreibt mit mehreren Millionen Requests per Second und dann habt ihr das Kubernetes-Game eigentlich auch schon durchgespielt. Vorteile von so einem Ingress-Controller sind, es gibt so ein bisschen Domain-Auto-Discovery. Zertifikate können automatisiert beantragt und auch direkt angewendet werden. Das heißt, wenn ihr eine neue Applikation mit einer neuen Domain oder Sub-Domain deployt, kann sich euer Ingress-Controller direkt auch selber ums Zertifikat kümmern. Das Ganze ist wirklich High-Performance. Also der Standard Ingress-Engine-X selbst auf einem Raspberry Pi glaube ich 5.000 bis 10.000 Requests per Second auf einem Pi 4 und das Ganze funktioniert auch mit URL-Pfaden. Das ist wirklich so the way to go bei größeren Clustern. Aber das ist halt auch die Ersteinrichtung ist nicht unbedingt trivial. Was ich noch dazu sagen möchte zu diesem Unterschied von Works on Paths und Works on URLs Der Unterschied ist da einfach ihr habt in eurem Kubernetes vielleicht verschiedene Anwendungen verschiedene Microservices und wenn ihr jetzt einen Service-Type Load-Balance habt, der nur mit Domains klarkommt, dann ist jeder Microservice mit einer Sub-Domain angesprochen. Dann hat man Sub-Domain 1.example.com Während wenn man einen Ingress-Controller benutzt, dann kann ich auch Regeln definieren, dass verschiedene URL-Pfade zu verschiedenen Anwendungen zu verschiedenen Microservices geroutet wird. Ist wirklich sehr praktisch, vor allem wenn man Anwendungen skaliert oder wenn man seine API als Microservices implementiert und jeder API-Pfad einen eigenen Microservice bekommt. Dann sind wir auch schon soweit. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und wenn ihr Fragen habt, bewerft uns mit Fragen. Wir haben noch 15 Minuten Zeit für Fragen. Erstmal den Applaus, den habt ihr euch verdient. Wir haben 15 Minuten, war super in der Zeit. Fragen, Hände hoch, ich komme zu euch. Ich fange den Talk. Ich habe noch eine Frage zu Loadbalancern und dass man da nicht anhand von URL-Paths bestimmen kann, wo der Traffic hin soll. Ist das bei den großen Cloud-Providern wirklich, also ist es da so, weil ich kenne das von HA-Proxy zum Beispiel so, ich habe bei mir selber einen Einsatz, dass es überhaupt kein Problem ist, das so einzusetzen. Ist das einfach eine Limitierung für den Cloud-Providern? Ja, darf ich? Also wenn wir auf dieses Slide gehen, da sind wir schon, also das Problem ist dabei, dass der Traffic an den Loadbalancer kommt und der Loadbalancer gibt das an den Kubernetes Service Objekt weiter und vom Service Objekt wird es dann an den Pod geroutet und der Service wiederum ist immer auf einer Subdomain. Achso, okay, danke. Kein Problem. Auf welchem Networking-Level oder welchem Level ist, wenn man die Gateway-API verwendet? Die Gateway-API? Sagt dir die was? Nee, gerade nicht. Habe ich bisher noch nicht benutzt. Sorry. Okay. Was hat sich bisher bei Kubernetes als Shared Storage am meisten bewährt? Min.io für S3-Storage. Am besten ist tatsächlich werft eure Sachen in irgendwas S3-Kompatibles, speichert es da. Ist so der eigentlich optimale die optimale Storage-Class für das meiste. Linke Publikumseite, wo war die Frage? Hände hoch. Hier vorne. Ach, wieder falsch. Im Mittelgang leider. Im Mittelgang, verdammt. So komme ich wenigstens auf meine Schritte. Ja, was ich bisher als Ingress-Controller benutzt habe, war halt eher auch Traffic. Warum kam das jetzt nicht? Das war eigentlich auch recht bequem. Es ist bequem, aber es ist, es macht Dinge nicht unbedingt nach der Standarddefinition nach. in Traffic ganz speziell. Traffic hat ein leicht anderes Konzept, wie Ingress funktioniert. Traffic wurde ursprünglich mal für Docker nativ entwickelt und man hat bei Traffic ja dieses Konzept von Routen und diese Routen sind einfach kein Standard in Kubernetes. In Kubernetes hat man sich geeinigt, dass man diese Ingress-Classes hat und Ingress-Objekte hat. Und wenn ich jetzt so ein Ingress-Objekt als Definition speichere in meinem AdCD und dann irgendwann beschließe ich, mein Ingress-Engine-X ist mir nicht mehr skalierbar genug, ich möchte zu Envoy wechseln, dann kann Envoy direkt nativ dieses Ingress-Objekt wieder lesen, weil es ein Standard-Kubernetes-Objekt ist. Wenn ich jetzt aber anstelle dessen Traffic benutzen würde, dann hätte ich eine Custom-Resource mit dem Traffic-Pfad und dann ist die Migration zu einem anderen Ingress-Service nicht mehr ganz so einfach. Funktioniert auch wirklich gut, ich glaube, Heiko, du benutzt es sogar in deinem Kubernetes-Cluster auch. Wir haben ein Home-Cluster, da sitzt so ein Traffic davor, aber tatsächlich das Cluster, was bei mir bei Hetzner läuft, da ist ein Ingress-Engine-X davor. Ich finde das schön, wenn die Fragen herr, optimiert schon Fahrtwiese kommen. Ist das das Traveling-Salesman-Problem angewendet auf Leirer? Danke nochmal für den Talk, hat mir ein paar Eindruck gebracht. Ich stelle mir noch die Frage, ich habe einen Proxmox-Cluster mit mehreren Host-Servern und einen Ceph-Cluster unten drunter und es kam die Anforderung, wir wollen Kubernetes machen. Macht das Sinn, das als VMs in den Proxmox-Clusters zu machen oder ist es besser, eigene Hardware zu nehmen? Was ist da so die Empfehlung? Und auch das Storage würde ich dann den Ceph von dem Host einfach mitbenutzen, statt in der VM nochmal eine Storage-Lösung reinzubauen. Also tatsächlich, wenn du schon Ceph als Storage hast, nimm es, es ist meiner Meinung nach eine gute Idee und ja, tatsächlich auch die Kubernetes-Nodes auf dem Proxmox aufzubauen, würde ich jetzt sagen, wenn du nicht wirklich Highest-Performance-Kubernetes brauchst, spricht eigentlich nichts dagegen. Also ich hätte jetzt an der Stelle auch gesagt, es kommt so ein bisschen auf die Performance-Requirements an, wenn du jetzt wirklich alles High-Performance möglichst nah an der Hardware möchtest, dann klar, ein Bare-Metal-Kubernetes, ansonsten die Proxmox-VMs funktionieren sehr gut, ich habe auch einen Intel-NUC zu Hause mit Proxmox drauf, wo ich auch ein paar Kubernetes-Worker-Nodes drauf habe, funktioniert. Und Ceph als Storage-Provider sehr gut, kann ich auch empfehlen, habe ich für meine Persistent-Volumes im Homelab auch. Aber Bare-Metal-Kubernetes, das ist dann schon große Leidensfähigkeit, oder? Ja. Dann noch eine Frage zu Proxmox, gibt es da für ein Case Reacer oder KTS-Deployment irgendein Skript oder Terraform oder irgendwas in der Art? Bin ich mir gerade nicht sicher, ich würde vermuten, dass es da zumindest in Ansible was gibt. wo man einfach nur quasi seinen Proxmox-Host angibt und sein Playbook dagegen wirft und dann sollte eigentlich was entstehen. Aber ich persönlich habe tatsächlich mit Proxmox nicht so viel gearbeitet. Wie gesagt, mein Homelab ist Trunas-Scale und das war erst mal abschreckend genug, gerade weil die Community da schnell sehr toxisch wird und man vom Support nur, vom Community-Support nur an den Kopf geworfen bekommt. gehe auf unseren Discord-Server und durchsuche unseren Discord-Server nach der schon gestellten Frage. Vielleicht findest du die Antwort. Wir haben sie schon mal irgendwann beantwortet. Was ich dir für Proxmox empfehlen kann, ich muss die Slide nur noch mal finden, die war relativ am Anfang leider. Tut mir leid. Ich hätte einfach die Präsentation neu starten sollen. Guckt ihr hier auf der CNCF-Landscape l.cncf.io Hier gibt es eine Kategorie, die heißt Installer. Da findest du alle möglichen Kubernetes-Installer und die werden dir in ihrer Doku vermutlich sagen, ob sie zu Proxmox kompatibel sind. Vermutlich sowas wie K-Ops oder Cube One. Nächste Frage. Ihr kennt ja Entscheidungsdiagramme, vielleicht sehr bekannt, das brauche ich eine Blockchain oder so ein Pfeil. Nein. Die gesamte Präsentation war ja quasi ein Entscheidungsdiagramm. Habt ihr da Sourcen, wo sowas ein bisschen runtergebrochen ist, ohne jetzt eine Stunde Video zu gucken oder ist das alles jetzt gewachsen über fünf bis zehn Jahre im Business? Viel ist tatsächlich leider Erfahrung. Ich versuche, danke für den Anreiz, ich versuche das mal in einen Blogpost zu fassen. Ich glaube, letzte Frage, oder? Ja, ich habe noch eine Frage, wie sieht es mit so fertigen Kubernetes-Lösungen aus, sowas wie VMware-Tanzu oder Nutanix? Ist das schon so, was man machen möchte, wenn man wenig Kapazitäten hat oder ist das eher etwas, wovon man abraten würde? Ja, würde ich dazu raten. VMware kam ja auch in diesen VM-Markt rein und hat das mal in halbwegs sinnvoll, halbwegs benutzbar gebaut. Und so ähnlich zeichnet es sich gerade mit Kubernetes ab, dass VMware Tansu tatsächlich auch sehr brauchbar wird. Haben wir jetzt persönlich in die Kategorie Enterprise Kubernetes klassifiziert, weil es dann auch schon ein bisschen kostspieliger ist jetzt nicht so, dass man irgendwo hingeht und sagt, drei Mausklicks, ich habe mein Tansu-Cluster, sondern man braucht dann irgendwie eine VMware-Umgebung und braucht NSXT oder NSXV glaube ich sogar und dann als Netzwerk, als SDN darunter und dann kann man Tansu drauf installieren. Aber dann funktioniert das auch sehr gut und man bekommt sehr, sehr guten Enterprise-Support von VMware dafür. Aber ein Punkt dazu, es reduziert zwar den Operating-Aufwand ein ganzes Stück, aber man hat immer noch Operating-Aufwand, also auf null wird man ihn nicht kriegen. Das heißt, wenn man nicht die Capabilities für Operation hat, hat man sie halt leider nicht. Weg kriegt man sie auf keinen Fall. Der Nachteil an so etwas wie einem Enterprise, deshalb haben wir das so in Enterprise-Kubernetes klassifiziert, man lockt sich so ein bisschen in so ein Ökosystem rein. Also wenn man jetzt den Weg vor VMware-Tansu geht, dann ist man so in so einem VMware-Ökosystem, man kann den Weg OpenShift gehen, dann ist man halt in diesem OpenShift-Ökosystem, ähnlich sieht es mit Rancher aus. Man kann Rancher Kubernetes benutzen, aber ist dann halt in diesem RKE-Rancher-Ökosystem so ein bisschen in so einem Vault-Garden gefangen. Wenn ich da vielleicht noch kurz anschließen darf, ich sage meinen Kunden dann immer, betrachte Kubernetes als ein zusätzliches Operating-System. Wie viele Menschen hast du, um Windows, Linux, OS2, whatever, AX, S360 zu managen, bist du bereit, das auch für Kubernetes in die Hand zu nehmen? Und bitte, for whatever is holy to you, niemals Vanilla Kubernetes in Produktion. Bitte. Ich habe Schmerzen. Wir haben noch ein paar Minuten, die Jungs waren ein bisschen flotter. Jetzt habt ihr noch Schossen. Ja, natürlich, ganz diagonal am anderen Ende. Danke, Posse. Coding-Interview wäre mir jetzt durchgefallen beim Travelling-Salesman-Problem. Ich würde ja eine Mannerschnitte abbilden. Wir hatten es ja eben mit den Microservices. Ich habe meine Microservice-Architektur gesehen. Das war ein VMware ESX-Cluster. Da liefen VMs drin, jeder ein Windows-Server. auf jedem ein Web-Logic und darin lief dann der Microservice. Was wäre denn die maximal overblown, overengineered Architektur, die ihr euch für Kubernetes vorstellen könntet? Das klingt extrem gut nach einem Use-Case, der wirklich exzellent mit Kubernetes abzufrühstücken wäre. Mein Beileid, dass du das mit VMware sehen musstest. Ja, aber man könnte dann auch so einen Kubernetes-Cluster in einem Linux-Subsystem unter Windows in einer Frage. Fragen? Wir haben hier zwei sehr... Ja, danke. Ich komme. Ich hatte es schon, dass die Anforderung kam, baue uns mal bitte eine Red Hat Enterprise Linux VM auf einem Hyper-V und auf dieser Linux VM auf dem Hyper-V möchten wir bitte Container-Orchestrierung haben für ein Sonar-Cube. Musste ich mich schon drum kümmern. Ich habe es dann doch noch geschafft, die Leute dazu zu überreden, das wenigstens auf einem VMware-Cluster laufen zu lassen und nicht auf einem Hyper-V. Ja, danke für den Talk. Ihr habt Docker Swarm erwähnt, aber eher so, dass es mehr ist. Was sind denn von eurer Seite die Schwächen oder wieso sollte man jetzt nicht eher Docker Swarm benutzen, wenn man, sage ich mal, zehn Microservice nur hat? Von meiner Seite aus, ich gehe halt langsam wirklich weg von Docker, einfach weil sie sehr, sehr Enterprise-ig shiften momentan und vieles nur noch für Enterprise-Kunden anbieten gegen Geld, wo sie früher Free-and-Open-Source waren. Mit so meinem Grund wegzugehen langsam von Docker. Wie sieht es bei dir aus, Cedi? Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten rüberbringe. Es ist nicht so, dass Docker Swarm scheiße ist. Es ist per se kein schlechtes Tool. Es tut den Job, den es tut, sehr gut. Aber wenn ich jetzt dabei bin, mich in einen neuen Container Orchestrator einzuarbeiten, dann muss ich ja auch so eine Entscheidung treffen, wie lange möchte ich das denn supporten. Und wenn ich so perspektivisch mir das mal in die Zukunft blicke, dann gibt es eine sehr kleine Community, die Docker Swarm benutzt und es gibt halt diese Community, die Kubernetes benutzt und dann sind die Ressourcen für Kubernetes vielleicht ein bisschen besser und es ist vielleicht perspektivisch gesehen auch ein bisschen besser, Leute zu finden, die Kubernetes können. Wenn ich irgendwie neue Leute einstellen muss, dann kann ich sagen, Kubernetes bitte und dann kommen zehn Bewerber. Wenn ich dasselbe mit Docker Swarm mache, sieht es eng aus, dann kommen Leute, die schon mal Docker bzw. Docker Compose benutzt haben und muss die dann noch on the job erst dafür trainieren, Docker Swarm zu benutzen. Und damit sind wir am Ende unserer Zeit. Vielen, vielen herzlichen Dank und nochmal einen großen Applaus für Heike und CD. Applaus 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 Applaus